Also, ich bin so richtig baff. Da klingelt das. Ich bin der Maik aus Lichtenberg. Für Paul Chen. Ich hab das hier schon aufgemacht, Maik. Für Paule. Für Paule. Für Paule. Für Paule. Nee, da muss ich. Kann man... Tja, Mensch, das ist ja eine echte Überraschung hier, oder? Alles so ne schönen Sachen. Alles so ne schönen Sachen. Paulchen Jakob. Na, Paulchen. Alles für dich. Tja, da hatte die klingelt. Und hat jemand was abgegeben. In der Maik aus Lichtenberg. Tja, das ist cool. Das ist ne echte Überraschung. Bin ich so richtig baff. Das alles so gibt. Ja, das kenn ich ja. Hat die Pippi immer gegessen. Tja, Mann. Da kann ich nur hundertmal Danke sagen. Super. Na ja. Dann haben wir mal ein Video zusammenbauen hier, wa? Die Küste ist auch schön. Ja. Klasse. Danke, danke. Super. Wollen wir mal probieren, wa? Guck mal hier. Na ja, das hat die schmeckt, wa Paulchen. Da muss ich auch noch ein Video machen heute. Das wollte ich gar nicht. Ja, das war wirklich ne echte Überraschung. Das klingelte. Ich wollte grad ein Nickerchen machen. Maik aus Lichtenberg. Kannte ich gar nicht. Ja, Paul, da guckst du, wa? Lichtenberg hat auch doof geguckt. Tja, wenn wir das mal hier wegräumen. Oh, die Küste ist schön. Die ist gut. Hier fällt man. Kann man gut wieder verwerten.